Ah, seitdem ich es gerade gefunden habe, oder was? Ja. Der sah so unspektakulär aus. Ich wollte mal ausprobieren, was der kann. Ich halte ihn wie eine Kanone, ey. Ja, weil der so krass ist. So. Ähm, also hier war der Boss drin, oder? Ja, rechts irgendwo. Aber der ist dann ein Ogre. Ja, ich komme. Ohne seine Köter. Sauber, voller Nebengeballert mit meiner Salve. Boah. Wie ich den einfach gar nicht treffe. Also der Wann ist ein bisschen blöd. Okay, das ging jetzt. Der Wann. Der Wann. Irgendwann schaffe ich es. Die Wand, Pilla, sag einfach. Genau. Dieser Wann-der-starb. Aber der gab ja ein XP nur. Ätzend. Wieso? Siehst du, da kann man lieber Kühe töten gehen. Hier ist doch eine Gruppe. Wo? Okay, wenn die genau in der Reihe liegen, dann ist das schon ganz schön, was der abzieht. Toll. Der verreckt da halb. Ich bin auch unschlüssig. Okay, dann. Raus. Vorsicht, hier vorne sind wieder Stacheln. Im Sommer Richtung Stadt und auf dem Weg vielleicht nur durch die Höhle oder sowas. Ja. Ja, wenn wir eine Höhle finden, ne? Ja, klar. Ich glaube, er hat nicht, dass wir den anderen Berg noch schaffen. Obwohl der blau ist. Weil der ist direkt um der Ecke. Ja, der ist voll heftig, oder? Welchen Berg meinst du? Den sind... Nee. Wo wir vorhin waren? Nee, obwohl der ist nicht um der Ecke. Den müssen wir weiter weg. Sedora Castle, meine ich. Ja, nee, der ist echt ein ganzes Stückchen weiter weg. Und wir haben jetzt mittlerweile knapp 17 Uhr Ingame-Zeit. Guck mal, da haben wir eine Kuhherde noch. Die können wir noch schön töten. Jo, die machen wir kaputt. Ihr Schweine. Oh, und da hinten ist noch ein Ogre. Wir brauchen das Diablo-Kuh-Level. Ja. Mehr Kühe. Dann haben wir grüne Karten. Boah. Wenn ich so durch alle durchschieße, ist das cool. Ja. Finde ich auch. Bam. Und tot. Iron Longsword. Das könnte was für dich sein. Ja, das habe ich auch gerade drin. Aber können wir gleich mal gucken. Weiß nicht, würdest du dich lieber auf zwei Einhänder gehen? Ja, ich überlege noch. Ja, ich muss noch ein bisschen zocken und dann mal gucken. Jo. Oh, hier sind Gegners. Bam. Wer kommt denn noch dazu dann als Krieger oder als Heiler? Ja, müssen wir mal gucken. Also, ich sage mal, da hätte David bestimmt auch Bock drauf auf das Spiel. Ja. Ich kann ihn auch fragen. Ja, ich kann ihn ja nachher mal fragen. Das geht schon cool dann mit dem Aufnehmen. Ich meine gut, das ist in der Alpha, ne. Das wird auch relativ schnell ausgelutscht sein, falls die Patches nicht zu lange dauern. Ja, wenn die nicht nachliefern, ne. Aber müssen wir halt gucken. Ja. Wenn man so lange Bock macht, ist das ja in Ordnung. Ja, viel machen kannst du ja zur Zeit noch nicht. Aber Hauptsache schon mal ein bisschen Farmen und Leveln gehen und so. Okay, wird schon langsam ein bisschen dunkler, ne. Ja, ja. Also ab 20 Uhr ist das richtige Abfuck. Ne, gar nicht. Ab 20 Uhr fängt das langsam an, Abfuck zu werden. Achso, okay. Also weiter gerade durch. Äh, oh, wir laufen gerade, ja, ich laufe gerade falsch. Also wir laufen richtig. Ja, ich bin gerade in den anderen. Oh, hier ist so eine Biene. Bumblebee. Oga. Ja, dann, hey, fern. Ja, ich bin dabei. Ne, der Oga hier draußen hat noch gestärkert. Oh ja, der war etwas größer, etwas stärker. So einmal gedreht, batsch. Bamm. Dringend aufgelöst. Nur so ein Stück Matsche vor mir weggeflogen, ey. Vielleicht kann der ja nicht schwimmen. Ach, Mist. Ah, hier. Auf einmal, ihr habt jetzt auch schon wieder ein bisschen Holz und so, ne? Ja. Okay. Boah, wie dein Pet einfach so, äh, tot. Alter, laufe ich jetzt zurück? Ja, das gibt es doch nicht, alter. Bumblebee, geh sterben. Ja, geht doch. Uh. Da. Ja, Richtung Norden ist richtig. Die kloppen da hinten, die fetten Oga. Ja, genau. Also, die Stilgründen sind richtig gut. Ja, Peter, also da, aus der Situation kann ich dich jetzt auch nicht befreien. Komm, Teddy, schaffst du. Sobald er sich dreht, die ganze Zeit Kusselkopp machen. Bis du aus der Reichweite bist. Ich muss an diesen Berg springen. Ah, dann bist du so hoch. Der ist das Agro vom Käfer. Lol. Oh, die sind sogar orange, alter. Die kriegen wir platt, easy. Oh, Hilfe. Ja? Ja, normal, die sind orange. Können gar nichts. Los, Peacock, mach was. Naja, die töten mich aber. Fuck. Na, warte. Hm. Ich laufe einfach so im Kreis. Haha. Oh, oh. Ah, ihr habt noch 43. Ah, ich versuch dir den mal abzunehmen. Wie viel HP habt ihr eigentlich so? Ich hab 310. Ah, okay. Ich hab 309. 290. Voll weggekickt, ey. Oh, der ist doch platt. Ist ja egal, ich bin direkt hier. Oh, oh. Shit. Einer ist platt. Den anderen den kite ich mal ein bisschen rum. Boah, musste ich jetzt weit zurücklaufen wegen euch. Warte, ich kann den gleich stunnen und dann werden wir den World kaputt kriegen. Ach so, den kann man gar nicht stunnen, den Bastard. Ah, da ist der Nächste. Ja, sauber. Fängt mir direkt am Arsch, das Ding. Ah. Aber siehst du, die halten eigentlich nichts aus und geben auf für einen Fett. Ne, dieser Stab ist zwar geil, aber irgendwie... Bursch. Wer ist das da hinten, der da gerade vorbeigehuscht ist? Richtung Süden. Hier sind Gnobolde. Richtung Süden? Richtung Norden, hast du vorhin gesagt. Ja. Ja, Richtung Süden ist richtig. Was? Ne, Richtung Nordwesten kamen wir her. Na, warte. Ach so, meine Kamera war gerade gedreht. Ich habe mich gerade gewundert. Der Monitor stand auf dem Kopf. Ja. Also Nordwesten, ne? Ja. So, warte mal, wie viele Punkte brauche ich noch? Ich brauche noch... Ja, noch zwei Level-Ups, dann könnte ich fliegen. Aber ich weiß nicht, ob ich direkt alles da rein tue. Ich glaube nicht. Fliegen? Ja, halt mit diesen Paraglider-Dinger. Ach so. Das ist richtig gut. Ja. Hau ab. Was war denn? Nix. Weißt du, ich werde voll geflamed über zwei Wochen, weil ich dem Heiko einmal Sachen nicht wiedergebe und der Pitta ist nur am griefen, ne? So hardcore am griefen. Mach ich doch gar nicht. Da liegt er auf dem Boden und keiner will das haben. Ja, genau. Ich war auch im Busch. Mach mal hier die ganzen Dinger auf, damit die hier rumliegen. Du, du buschst du. Ich bin der Buschmann. Was ist los? Da kommen jetzt gleich geile Equipment in der Stadt. Geile Equipment in der Stadt. Oh, ist das denn hier? Alpaka? Ja. Da hinten ist irgendwie ein Magier oder so. Ein Elf. Ja, den kann man eigentlich mal klatschen. Ein roter Elf? Ah, nee, der ist da hinten. Die sind Fruchtkorb, ne? Ja. Muss ich mir den irgendwo reinpacken oder so? Ähm, wenn du jetzt, wenn du jetzt das Vieh siehst, was du damit zählen willst, dann kannst du einfach rechtsklick auf den Fruchtkorb machen, dann hast du ihn so in der Hand und hältst ihn so nach vorne. Dann musst du damit einfach zu dem Tier hingehen. Ah, okay. Und warten, bis das Herz voll ist. Weißt du, für wen der Fruchtkorb ist? Ne, keine Ahnung. Okay, schade. Ich kenne die ganzen Sachen nicht aus dem Kopf. Ne, tja, sein König. Toll, Sepp. So, weiter Richtung Norden. Kein Foto für dich. Oh, ho, ho. Ah, cool. Da hast du sogar noch Bereiche, die wir nicht kennen. Boah, wie viel Schaden du auch machst? Ich muss voll lange drauf rumhauen auf dem Ding. So, warte. Gucken wir mal in der Höhle, wenn wir ihn da sehen. Höhle. Oh, noch ein Busch. Jawoll. Du darfst doch nicht so laut sagen, wenn der Peter in der Nähe ist. Ja, hier ist auch ein Busch. Was ist mit dem Typen? Okay. Was ist mit dem Typen so? Da hinten eine Tomate. Töten? Ja. Oder ein Radieschen. Radieschen kann nix. Vor allem er tötet das, bevor wir da sind, weißt du? Dann kommt er zu mir und ich kann looten. Oh, ja. Schade, du auch. Da hinten ist ein Busch, aber kein Bock geht's da hin. So weit, so weit zum Laufen so. Vor allem war es da einmal rüber, aber egal. Was ist das denn für Wasser? Ach, hier ist ein Bett. Ja, ist ein Bett. Da sind drei Betten, cool. Ja. Wie das aussieht. Die Matratze stinkt. Überleg mal, da legt sich jeder rein, der hier vorbeiläuft. Wird ja durch den Regen immer wieder gewaschen, Peter. Geben, stelle ich mal nicht vor. Oder noch ekliger. Genau, durch Urin. Oh. So. Ja, Ginseng, ja, komm, lass ich hier. Gab denn die Radieschen wahrscheinlich auch nur ein XP, ne? Ja, kann sein. Ja, braucht gerade vor lange, ey. Kormling, hallo? Kormling, was machen Sachen? Komm. Er macht dir vor, sein Karate-Trick. Wo ist eigentlich dein Maulwurf? Drei geben die, das geht ja. Ah, da ist der Maulwurf. Der Maulwurf. Nooooch. Telefon. Ich geh mal kurz dran. Warte. Ja. Oh, da hinten ist der. Ne, da ist noch kein. Wo müssen wir denn hin? Da hinten. Ja, ich bin gerade in der Aufnahme. Achso, in dem Minister, das ist dieser Vollkackte, ne? Ja. Körper. Jo. Tschö. Vor allem, wenn ich den angreife, mache ich auch gar kein Damage an dem. Ne, der ist super hart. So, bin ich wieder. Hallo. Und? Ma! Also, ich komm jetzt ab. Ich weiß nicht, was ihr mit dem macht. Ja, ich ziehe mir gar nichts ab. Ja, ne, dann lass ich den. Der hat mein Pad auch mal eben weggekloppt. Ja, wie der Ogre gerade. Dreht sich durch den Tett und durch mein Pad durch. Oh ja. Er ist gerade ein Stückchen weiter weg. Lass mal ihn warten. Ja, ich sehe euch schon von hinten. Also geht ruhig. Hier ist der Buang. Ich dachte, hier wäre der Dorf. Ja, ne, hier ist der rote Burg. Ja, lass da rein dann. Runes of Logion. Logo. Ohren. Ich gucke mal rein. Ich lunze mal durch die Tür. Ja, hm. Habe ich ja gerade auch gemacht. Ja, genau. Hat der selbst gerade auch gemacht. Habe ich einmal kurz da rein gelunzt. Das war dann aber auch. Hilfe. Das war Davids Mutter. Die fragt, wo der David ist. Krass. Das ist ja ungewöhnlich. Du drängst sie ab. Ich mache dich kaputt, Junge. Da vorne kommt noch eine Truppe, irgendwas. Oh fuck. Oh Mist. Zwerge. Kommt raus, meine Zwerge. Fuck. Oh Untoter. Oh, dann auch noch plus eins, ey. Ja, den habe ich mitgebracht. Oh. Ich habe die voll weggetreten, Alter. Jawohl. Guck mal, wenn ich die kaputt mache, Junge. Du bist ja untot. Kommt hier hoch. Ich mache gar nichts kaputt hier, ey. Scheiße. Oh, der hat doch geblockt, der Pisser. Also ich sehe euch von hier hinten. Oh, ich bin tot. Okay, tot. Ja, ich auch. Toll. Ja, genau. Die kommt direkt in unsere Richtung, oder was? Da hinten sind sie. Kommt, hier bin ich. Ihr habt immer nur Aggro, geil. Ja, weil wir hier direkt in der Nähe wieder gespawnt sind. Boah, wie viel Damage hat einen vermacht, ne? Da muss ich euch jetzt nicht helfen, oder? Ja, weil du kann ich nicht sagen willst. Hey, heilen die sich, oder was? Ja. Ja. Doch, du musst uns helfen, Peter. Okay, ich komme. Mach. Lauf, Sebastian. Toll, 1 XP, ey. Zack. Ey, auf zu trinken. Tot. Warte, TF. Hui. Woher denn? Ah, hier. Slalom um die Bäume. So, einer ist platt. Oh, ich habe eine Form hier gekriegt für einen kunstlosen Eisendolch. Wow. Ah. Wie ich den nicht umwerfen kann, ne? Was denn da? Ja, den kann man auch nicht umwerfen, die Untoten. Kann das sein? Oh. Ja, doch schon. Aber wahrscheinlich, weil der Plus 1 ist oder so. Hilfe! Noll. Sieh euch da hinten. Oh, ey. Das ist auch wieder platt. Das ist zu heftig. Lass uns mal durchlaufen, weil es schon 19 Uhr gleich hier, ne? Also, in-game. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja.